hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren runde papapapapiti die runden werden ja immer besser ich werde immer besser wir werden immer besser wenn euch was hatten der in rucksack ziegelsteine oder das werde ich das erzählen will der lügt dass wir immer besser werden ihr werdet immer besser ich werde nur schlechter ich klatsche voll ins haus ich klatsche voll ins haus ich muss ein bisschen ich muss ein bisschen abweichen 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 der kurs abweichen der kurs hau dir auf fressen hier ich habe die pistole was machst du jetzt so hier kann es mich gleich mal hier direkt kannst du ich konnte der so viel aufheben das ist ja der horror was hat der gemacht bitteschön durchgerannt oder direkt einfach mal alles gelootet oder wie hat er schon im flugzeug eingesammelt oder was so auf jeden fall ich bin nicht direkt jetzt tot zumindest jetzt noch nicht ja das darfst du auch aufzeichnen danke xbox das darfst du wirklich dass das gönnt ihr ja gibt dir ja sagen wir mal zu hier wieder so ein verwinkeltes haus das mag ich nicht kann hinter jeder ecke ein gegner stehen prügelt er mir einfach ins genick es fällt dem ein hallo hallo was war das jetzt einfach von hinten ins genick prügeln dass das die 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 habe ich am liebsten hier sich dann noch meine knarre krallen wollen ja meine knarre um mich damit abzuschießen ins knicken also ich muss sagen ich hatte riesen schwein dass ich den noch so erwischt rucksack stufe 2 dankeschön raus hier ich habe steps gehört da ist jemand hier ist irgendwo jemand ich habe das genau gehört scheiße geile fort fort das sogenannte allseits bekannte f-wort ich habe noch nichts wirkliches ich habe noch nichts wirkliches ich habe mich auf den lorbeeren ausgeruht das war vielleicht schlecht das war mit sicherheit ganz schlecht ich muss unbedingt stärker werden ich will der allerbeste sein wie keiner vor mir war ja den gegner schnapp ich mir ich kenne die gefahr ich zeige ihm meine kraft die in mir inne wohnt oder so um pubg zu verstehen ich weiß es wird sich lohnt ich sage jetzt nichts mehr dazu die reime werden immer schlechter Kaliber 12 komm hier nehmen wir auch mal mit haben wir schon mal was für einen nahkampf habe ich schon eine weste nix weste ich nehme jetzt weste jetzt ich habe weste also es ist ein ganz 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 schlimmer start jetzt wer wurde ins genick geschlagen man wollte mich mit einer arka über den haufen schießen und ich habe mich durchgesetzt ich habe mich durchgesetzt ich habe gezeigt dass der nämlich nicht nur aus pudding besteht naja zum größten teil aber nicht nur aus pudding besteht will das schon da ist einer 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 ja leckst mir marsch und er kommt jetzt unten rein effort 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 was soll ich tun erstmal schnell heilen kommt zwei energies rein das muss jetzt sein ich schieße dich ab ich weiß dass du da bist okay machen wir ihm angst ich war schon lange wieder weg da das kann gar nicht sein also komm hier komm ist er nämlich weg gerannt jetzt ich sehe ihn ich sehe ihn ich weiß dass er da ist ich kann warten haha ich kann mich nicht treffen du sau wo ist er denn jetzt ist er jetzt reingegangen ne 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 aha von wo hab ich wohl auf dich geschossen ist jetzt ein bisschen risky Im falschen Moment runtergesprungen. Im falschen Moment. Ah, Kacke. Ich hab dir aufgezeichnet, wie du gestorben bist. Im falschen Moment runtergehüpft. Das gibt es doch nicht. Das darf doch gar nicht wahr sein. Oh. Sowas regt mich auf. Nein, ich reg mich natürlich nicht auf. Ja, ich würde sagen, hier, kleiner Schnitt. Bis gleich. Fuck, 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 fuck. Fuck, noch eins. Je nach Rucksacklevel beträgt die Kapazität 150, 200 oder 250. Was? Glühbirnen. Pups. Kotkapazität. Slots, Kilogramm, Licht. Was gibt's sonst noch? Meter? Kilometer? Hektameter. Hm? Man, 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 man. Man, 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 man. Pra, 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 pra. Weiss. Und somit herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde PUBG Die hoffentlich diesmal nicht so klein wird Wie die letzte kleine Runde PUBG Ähm, wobei ich dieses Mal die Runde Wahrscheinlich noch viel kürzer, weil diesmal Gehe ich direkt in Picado Picado Ja, da kommt er wieder Mit seinen Ziegelsteinen Sind alle viel schneller als ich Bisher einen sehe ich Ich sehe einen Echt jetzt? Ich dachte, zwei, zwei Ein, zwei Ich hab keine Ahnung Wo sind die Texturen bitte? Okay, toll Meine eigenen Texturen halten mich auf Man merkt, dass ich nicht auf der Xbox One X spiele Sondern auf der alten Xbox One Oder X Was soll denn der schmarrn jetzt? Okay, das wäre schon eine ziemlich krasse Wumme AKM, okay Für den Anfang wird es reichen Müssen Ohoho, es geht hier schon ganz schön zur Sache Polizei Polizei Wester Dankeschön So, jetzt schnell hoch Die können hier von überall rein Sch... Da, 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 dann Schießen Aha, hört auf Hört auf zu schießen, bitte Ich mach mal gleich ins Höschen So, ein Energy Ein Rucksack Geil, genau das hab ich noch gesucht Ein vollgekacktes Klo Das hab ich in meinem Leben noch nie gesucht Ich weiß auch nicht, warum man sowas suchen sollte Also, es sind auf jeden Fall mindestens zwei Weil da bekriegen sich ja eine oder zwei Also von dem her Hm Wobei jetzt wahrscheinlich nur noch einer da ist Da der andere ihn bekriegt hat Müssen sich hier immer alle bekriegen hier Keiner kann friedlich mit dem anderen leben Hand in Hand Durch die Wüste Tänzeln Nein, das geht natürlich nicht Kämpfen Schlachten Töten Ist nur der Rucksack Ich dachte, da liegt noch der Scope oder so Scope or something Da war ich schon Da muss ich nochmal rein Na, na Da So, einmal bemerkbar gemacht Das passt schon Was haben wir hier? Ein Rotpunktvisier Verkacktes Rotpunktvisier So, ne? So, 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 so Ein Dreierscope Jetzt kann die Party starten Ähm Weg 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 Drauf Läuft Weiteres Magazin Ja, komm, so Weg Ciao Jetzt mal direkt in die Wand gerannt Jetzt muss ich aber wieder ein bisschen aufpassen Hier Ja Militärweste 3 Dankeschön Kompensator Ja, komm, warum nicht? Keine Ahnung für was Aber warum nicht? Halt Ein Einerhelm Besser als Keinerhelm So, wir sind ganz oben Ich wollte schon immer mal ganz oben sein So, wo wurde denn da vorhin so übelst geballert? Hm? Ich muss gleich Ich, 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 ich Ich will jetzt erstmal checken, wie es in der Zone aussieht Zone Ja, relativ Relativ gut Für den Anfang reicht's Also entweder Entweder verrutscht mein Headset die ganze Zeit Oder ich höre Steps Den letzten Gegner haben wir ja gar nicht steppen gehört Der war einfach Zack, war er einfach da Jetzt nicht runterfallen Nicht runterfallen Nicht runterfallen Nicht runterfallen Oh Zweierziehferrohr Ja, wir nehmen es mal mit Sicher ist sicher Sicher? Ähm Den letzten, den haben wir ja gar nicht gehört Ich weiß gar nicht, ob ich das reingeschnitten hab Für den Fall, dass ich den nicht reingeschnitten hab Den letzten Gegnern Den hab ich nicht gehört Der war einfach Schwupps, war er einfach da Peter Wegmann würde jetzt fragen Wie? Er war schwupps einfach da Er war schwupps einfach da Ich, ich, ich konnte Ich konnte es nicht aufhalten Es war Es war schwupps einfach da Für alle, die das kennen Respekt Ihr guckt gute Filme Für alle, die es nicht kennen Nachholbedarf Alles cool Alles cool Es ist nur die Rotatione Alles cool Alles cool Jetzt nicht durchdrehen Nicht durchdrehen Alles gut Ich bin der Torwächter Ich bin der Schlüsselmeister Wie gesagt Alle, die es kennen Hut ab Alle, die es nicht kennen Holt das nach Und ich sage jetzt nicht Ich sage jetzt nicht, was es ist Das dürfte gerne selber nachgucken Oder vielleicht schreibt es ja jemand in die Kommentare Wäre natürlich auch cool Wenn es jemand in die Kommentare schreiben würde Erste Hilfe Kaste Da war ich schon Da war ich schon So, jetzt sind wir wieder ganz Nein, schon beinahe ganz unten Hier Stufe 1 Ja klar Ich wechsle von Stufe 1 zu Stufe 1 Na Wo ist denn langgefahren? Ich habe den gar nicht gehört Stufe 1 Eine Splitter Night Dankeschön Endlich mal was Brauchbares Komm her Taktisch Dingens hier Alles nicht Will ich alles nicht Ich will mal gescheite werfen Nein, die Arka Die ist nicht so mein Fall Wie die Arka Äh, äh, äh Hier Ist nicht so mein Fall Ein Dreier Wer hätte Bock? Wer hätte Zeit? Äh Lappalömer Entschuldigung Oh, nein Was machst du hier? Sag mal, spinnst du Leck mich Leck mich Leck mich Leck mich Leck mich Leck mich Entschuldigung für meine Ausdrucksweise Aber leck mich Nein, nein, nein Tu das nicht Das was, kann ich auch Nein Oh, das gibt's noch nicht Ich Ich hab nix Gutes dabei Ich hab jeder was aufgezeichnet Was du hier haben willst Ich hab nix Gutes dabei Außer du stehst auf ne AK Du Arschkind AK Arschkind Ihr versteht Okay Ja Das war's von Für diese Folge Ich danke euch ganz herzlich Ich glaub ich hab den Anfang Doch reingeschnitten Ja Würde aufgezogen Ich danke euch ganz herzlich Fürs zugucken Ich wünsche euch jetzt noch Angehende Zeit Bis zum nächsten Mal Macht es gut Tschüss und Auf Gutes gelegen Ich bin Ich bin Ich bin